Hallo und herzlich willkommen liebe Zuschauer zu dieser neuen Ausgabe von Spiel doch mal und heute schauen wir uns Red7 an. Red7 ist ein Kartenspiel bei dem es immer darum geht in seinem Zug besser zu sein als alle anderen. Red7 ist ein Kartenspiel von Karl Schudig und Chris Sislick mit Grafiken von Alana Kerweinack. Es ist für zwei bis vier Spieler ab neun Jahren, dauert fünf bis 30 Minuten und ist bei Lucrum Games und Asmadi Games erschienen. In der kleinen Schachtel gibt es viele Karten. Diese zeigen die Ziffern 1 bis 7 in je sieben verschiedenen Farben. Dazu gibt es ein paar Übersichtskarten. Die Karten werden gemischt und jeder Spieler bekommt sieben Karten. Dazu erhält jeder Spieler eine Karte in seine persönliche Palette. In die Tischmitte wird die Leinwand abgelegt. Jetzt kann es losgehen. Die oberste Karte der Leinwand gibt die aktuelle Siegbedingung vor. Ist man an der Reihe, muss man entweder eine Karte in die eigene Palette oder auf die Leinwand spielen. Oder man spielt zuerst eine Karte in die Palette und dann auf die Leinwand. Dabei muss man versuchen selbst die wertvollste Palette zu haben. Entweder man verbessert die eigene Palette oder man verändert die Siegbedingungen auf der Leinwand. Jede Farbe steht für eine andere Siegbedingung, wie zum Beispiel die meisten geraden Zahlen oder die höchste Karte und so weiter. Gibt es einen Gleichstand, so gewinnt unter den gewerteten Karten die höchste Zahl. Herrscht dann immer noch ein Gleichstand, gewinnt die wertvollere Farbe. Kann man seine Karten nicht so spielen, dass man die beste Palette hat? Oder hat man gar keine Karten mehr auf der Hand? So hat man verloren und ist ausgeschieden. Für Fortgeschrittene gibt es die Regel, dass man für das Legen einer Zahl auf die Leinwand eine Karte vom Nachziehstapel erhält, wenn die gespielte Karte höher ist als die höchste der eigenen Palette. Außerdem kann man mit den Aktionsregeln spielen. Hierbei bringt jede ungerade Zahl eine Aktion mit sich, die der Spieler nutzen muss, wenn man die Karte in die eigene Palette spielt. Darunter sind Aktionen wie das Nachziehen einer Karte bis hin zum Ausspielen einer weiteren Karte. Der Spieler, der als letztes im Spiel ist, gewinnt. Ja, Red Seven ist ein Kartenspiel, bei dem man auf den ersten Blick immer denkt, oh ja, ist relativ einfach. Ich lege da meine Karte oder ich ändere die Regel und dann habe ich gewonnen und dann ist der nächste dran. Aber das Spiel hat es ganz schön in sich. Gerade wenn man dann mit diesen zwei weiteren Stufen spielt, dann muss man ganz, ganz schön viel beachten. Nämlich, wenn ich eine Karte bei mir hinlege, die ungerade ist, dann gibt es diese Bonusregeln, die ich beachten muss. Da muss ich unter Umständen wieder eine Karte wegnehmen, dann verliere ich doch. Also da steckt dann ganz schön viel drin oder ich lege eine dahin und die will ja, dass die höher ist als meine, damit ich eine nachziehen kann, damit mir nicht die Handkarten ausgehen. Also da kann man gut überlegen und da wird es manchmal richtig knifflig und manchmal denkt man auch, ich kann es nicht schaffen zu gewinnen und denke ein bisschen über seinen Zug nach. Dann merkt man, ah doch, wenn ich die eine Karte dahin lege und dann die Karte dahin, dann gewinne ich. Und das macht das Spiel auch aus, dass man wirklich jedes Mal all seine Karten anguckt und überlegt und wie kriegt man es dann hin und dann kriegt man es doch hin. Es kann natürlich auch sein, dass einer mal relativ zügig ausscheidet, weil er wirklich ungünstige Handkarten erwischt hat und dann muss der ein bisschen warten. Aber da die einzelnen Runden jetzt nicht allzu lang dauern, ist das nie mehr als drei, vier, fünf Minuten. Bei uns war es jetzt auch nie so, dass einer sofort ausgeschieden ist. Also am Anfang kann man eigentlich schon immer was machen, was geht, sodass man erst gegen Ende auch ausscheidet und dann zwei, drei Minuten warten muss. Also das ist gar kein Problem und man hat ja auch Spaß daran zu gucken, wie vielleicht die beiden, die am Ende übrig geblieben sind, noch zwei, drei Züge schaffen und es ist ja dann auch spannend zu sehen, wer hier gewinnt. Und man kann ja auch mehrere Spiele am Stück spielen und dann gibt es ein Punktesystem, was man sich aufschreiben kann und dann gibt es ein Gesamtzieger am Ende. So ist es dann auch nicht so schlimm, wenn man jetzt einmal vorzeitig ausgeschieden ist. Dann guckt man halt bei der nächsten Runde, dass man da möglichst drin bleibt. Was ein bisschen kompliziert ist, ist diese Regel, an die man sich erstmal gewöhnen muss. Dann geht es eigentlich, dass immer der gewinnt, der von den gewerteten Karten die höchste hat und wenn da zwei die gleiche höchste Karte haben, dann gewinnt von denen, der die höhere Farbe hat. Das muss man erstmal ein bisschen sacken lassen. Das ist bei der Erstpartie ein bisschen schwierig, da kommt man schnell durcheinander. Wenn man es dann aber ein paar Mal gespielt hat, dann ist es eigentlich klar und auch dann kommt man auch gut damit zurecht. Aber da muss man sich tatsächlich erstmal dran gewöhnen. Ja, aber ansonsten wirklich ein schönes, flottes Spiel, was sich gut als Absacker eignet, wo man auch gut und gerne mal mehrere Runden spielt und ja, was immer wieder Spaß macht, was wir immer wieder gerne auf den Tisch bringen. Ja, dann hoffen wir konnten euch hier einen guten Eindruck in das Spiel bieten. Wir wünschen euch natürlich weiterhin viel Spaß beim Spielen und hoffen ihr schaltet wieder ein, wenn es heißt Spiel doch mal!